Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Das ist der Europäische Unionsstein. Der heisst so, weil er der einzige Stein ist, der schon von Natur aus zensiert ist und sich somit sein Abbild gar nicht erst illegal unter der Bevölkerung verbreiten kann. Dafür machen sie in Afrika immer noch gute Actionfilme. Ah, 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 ah! Oh, ah! Ah. Und das ist kein Roboter. 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 Und das ist kein Roboter.